Schön gemacht auch, dass man dann hier nochmal die Geister sieht. Das ist wirklich schön. Also ich streame jetzt nicht mehr, weil... Was? Hallo, wieso? Mach doch weiter. Ja, wir machen ein schwarzes Bild. Achso, es bringt ja nichts. Ja. Mach ich ein schwarzes Bild rein, dann sieht man die ganze streamlange schwarze Bild. Kannst du unten bei den Tasks überall eine 2 reinmachen? Ja, passt. Ja, ich mach jetzt weiter die Aufnahme. Also jetzt machen wir hier weiter mit der Aufnahme. Sieht man, dass das Bild nicht 16 zu 9 ist. Ja, ich muss mal mit dem nochmal durchgehen. Also 3, 2, 1, wir machen los, Moin und alle sind dabei. Nein, einer fehlt noch. Ja, also... Achso, hier. Ich muss sagen, war gut dann mit dem ersten Video und bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Ciao. Hi, Leute, was geht heute in meinem Video hier? Amongash. Juuuuh. Leit dabei ist, Moin, lol, Harry, Missgamer, der nicht dabei ist leider heute, Christian, äh, Käsepöls, äh... C-X-Tails. Ja, oh, Entschüss. Wir gehen rein. Mach dich mal ein bisschen lauter, man versteht dich dann nicht so gut. Also, ich war ja letzte Runde im Post, dann wäre ich halt jetzt diese Runde leider nicht. Gott sei Dank. Ja, jetzt habe ich die Farbe geändert, irgendwie. Oh, einer ist schon da aus, warum? Oh, Kuscheli. Ja, wir machen jetzt die Aufgabe. Ich gehe jetzt erst mal da vorne hin, weil sonst bin ich wieder der Langsamste. Aber Langsamste, was denkst du? Oh, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. So, gleich die nächste Aufgabe. Ja, ich habe mal ein Video von dir geschaut, du hast da schon drei Stück gemacht von den Tasks, da habe ich noch nicht mal eine gemacht, da bin ich noch rumgerennt. Äh, 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 und habe mich gefreut, dass ich spielen darf. Durchziehen. Äh, 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 äh. Oh, hi Lucky Luke, wie geht's dir? Wo war das? Warte mal, einer ist ja raus. Electrical. Ne, weiß ich nichts, wo, weiß ich nichts, weiß ich nicht. Weil, äh, ne, ich war nicht bei Electrical. Ich habe mein Tablett umgedreht. Ich war vor, not bei. In vier Minuten. Ist mir, kommt meine. Schöne Pizza. Entgegengekommen. Orange geht entgegengekommen. Bestellt im letzten, in der letzten Runde. Ja, gleich kommt meine schöne kleine Pizza. Okay, was steht noch alles? Meine schöne Pizza. Da ist mir Orange entgegengekommen. Uh, Käse Nils. Ja, Käse Nils. Käse Nils. Ich skippe. Ich skippe. Ich weiß nicht, wie ich warten soll. Ehrlich gesagt. Weiß nicht, ehrlich gesagt. Echt. Echt. Erstmal, dass ich nichts weiß. Erstaunlich. Du weißt nix. Käse Nils. Du weißt nix. Was ist denn los? Warum sollst ihr denn jetzt gewesen sein? Also, ich verstehe es halt nicht, weil ich habe erst mir entgegengekommen von Matt Bay. Hä? No one was injected? Ach so, weil... Gibt. Äh, zwei Stück sind drin. Ich muss hier bei Matt Bay unten die ultralange Aufgabe machen. Ja. Wer käse... Scannen brauche ich nicht. Hallo Lul. So, ich nochmal machen. Ziehen machen. Ja. Ich habe es geschafft. Der kleine Wauldi. Ich will auch so einen Wauldi. Oh, wer hat hier schon wieder das Licht ausgeschalten? Aber wenn ich einen Wauldi hätte, dann müsste ich jeden Tag Gassi gehen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen phlegmatisch. Sehr phlegmatisch. Super phlegmatisch. Es sind mir viel zu viele Leute einfach nur. Ja? Ja, ich bin so froh. Hallo Christian, du schaust aus der Arm. Er hat die weiße Mütze an. Kommt mir alle entgegen. Ihr seid mir alle so speck. Wo war die? Was? You may need to update. Ich muss gar nichts updaten. Hä? Wird jetzt nur ich rausgefallen? Hm. Auch rausgefallen. Mein Game ist ausgegangen.